Heute möchte ich gerne über das Thema Marketing und Zeit sprechen. Wir haben heute alle keine Zeit mehr. Chat, GPT, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, alles geht nur noch zack, zack, zack. Marketing basiert jedoch sehr stark auf Psychologie, genau wie Social Media und genau auch wie Public Relations. Das heißt, Marketing muss von dem Gegenüber erst einmal verarbeitet werden, es muss auch glaubwürdig wahrgenommen werden und es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis diese Prozesse kognitiv und emotional bei uns abgelaufen sind. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist einfach eine Professionalität, eine Kontinuität und eine klare Strategie, um im Marketing erfolgreich zu sein. Und das geht auch übrigens genauso im umgekehrten Fall. Haben Sie erst einmal einen Shitstorm erlebt und ein negatives Image im Markt, braucht es eine gewisse Zeit, bis Sie dieses wieder revidieren können. Deshalb Geduld, Patience, alles etwas, was wir alle nicht mehr haben.